So! Na komm! Das hätte ich euch geraten! Gold... Die Pelzstiefel brauche ich nicht. Und Pfeile nehme ich. Oh! Ein Drache! was zum hinkern ich werde mal darauf war ich jetzt nicht vorbereitet zu den waffen die notbewusstsein wie was so was wir dann gucken wir auf einmal her ich habe doch keinen trink dabei wie soll ich den jetzt kriegen lande direkt auf mir noch lebe ich nicht mehr lange der ist racher können wir es hier vom stein aus irgendwie ein ding auch kacke jo feldbogen sind da die besten waffen drache komm her noch lebe ich morgens wird so Oh kacke Der ist bald runter Nein, landet nicht direkt auf mir Jetzt hoffe ich das nichts Oh kacke Hat mich jetzt die von der Seite angegriffen Oh nein Hat mich da so eine So eine Gegner von der Seite Och dich ist doch nicht wahr Wir hatten die fast Jetzt hier bei den Stellen natürlich Wie wäre sie doch mit der Quest Ich hätte mal vorher sprechen sollen Sieben Stellen Bis zu weit sind wir auch noch Verdammt Ist doch nicht Ich muss auch noch einmal von vorne Lässt mal die Speicherrichtlinie davor Ich muss mal schnell sprechen Das ist Das wäre eine kluge Sache Das wäre eine kluge Sache Schnell sprechen vor einem Drachenkampf Nein tut mir leid Nichts Wo sind denn die Stelle Das wäre eine kluge Wann nicht wunders Na toll Hin und zurück Ich habe eine kluge Zwei Zwei Die Zwei 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 Jetzt wissen wir es ja jetzt müssen wir es nicht noch mal durchlesen. Äh, in diesem müssen wir es trotzdem, damit wir die Quest aktualisieren. Wir müssen es nicht mehr durchlesen. Das ist so, da müssen wir jetzt hin. Ich mach mal jetzt schon die Wohnung ausgerüstet. Sprecher dann mal soweit wir da sind. Und ich denke mal der Drache wird komplett geheilt sein. Im Team habe ich mal sogar nicht gerechnet. Ach, das wird nichts mehr. Ein bisschen jagen. Wir fällen nicht verschenken. Nein, komm. Vielleicht ziehen wir den Drachen, die es mitkommt. Ich speichere ihn mal zwischen. Und nochmal ordentlich speichern. Drache. Ich stecke mich hinterm Stein. Ich habe einen anderen Problem. Verste ich. Oh. Oh. Wo sind denn die Banditen? Ist das Lydia? Das Lydia ist fast tot. Nicht Lydia. Mehr Banditen hier. Ich muss den Weg stehen. Was tue ich? Verdammt. Oh nein, nicht das Mammut auch noch. Ist mir zu groß. Nicht du auch noch. Das Mammut steht im Weg. Ich kann hier nicht an Banditen drauf gehen. Das ist halt relativ dämlich. Sehr gut. Ich kann mir gerne helfen, gegen die Draht zu kämpfen. Wunderbar. Das Mammut kämpft auch nicht mit. Mammut gegen Drache. Ist der Dach tot? Ist nicht Mammut. Ist nicht Mammut. Das Mammut gegen die Draht zu kämpfen. 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 Oder doch? Das Mammut gegen die Draht zu kämpfen. Oder doch? Mitten durch Bogen gegen Bogen. Verdammt. Es läuft hier alles gar nicht gut. Wir hätten einen verdammten Waffen und Drachen schon gehabt. Aber nein. Ich bin fast tot. Haben wir irgendwelche Trinken oder so weiter? Essen können wir vielleicht. Ich muss mal das heilige Inventar fressen. Jetzt gibt es Zeit hier. Spalten. Versteck. Da muss man nämlich hin. Tagebuch. Der Bogen ist schon lange im Spiel dabei. Er hat schon so viel gestürzt, von Jarls bis hin zu König. Er verrichtet sein Werk unsichtbar und lautlos. Bis auf das Klirren der Kronen, auf dem blutbefleckten Boden. Und doch ist das letzte Klirren schon viel zu lange her. Räder hat keine Krone, die er verlieren konnte. Dramm nahm das Fleisch, aber nicht die Seele. So lief das Spiel weiter ohne weiteren Sturz. Nun gut, der Boden ist faul geworden, und bequem. Und wenn ich ihn doch einmal spanne, höre, hätte ich entlang seiner Sehne nichts als ein müdes Gähnen. Doch so wird es nicht ewig bleiben. Und den Bogen in meiner Hand wird es bald wieder klirren. Doch der Zeitpunkt muss stimmen. Im Gewitterschalt der Klang einer fallenden Krone nur allzu gut. Ich muss auf einen ruhigen Moment warten. Im Timen, wenn der Jarl nicht mit Gesprächen und mit Kriegen und Drachen beschäftigt ist. Sollte die Schlacht und Messrand Weißlauf erreichen, werde ich gezwungen sein, ihn erneut zu zücken. Aber es wird die Zeit kommen, in der er untätig in seiner großen Halle sitzt und die Welt ihn nicht plagt. In diesem Augenblick, wenn der Jarl endlich einmal durchatmen kann, werde ich mich auf die oberen Etagen stechen und dafür sorgen, dass dieser Atemzug sein letzter ist. Und wenn ich in ihren Schatten gewöhnt und verschwinde, wird nichts als ein Klirren zu hören sein. Aber wenn das mal kein Beweis ist. Ein Beschreibungsbuch. Ich glaube, wir sollten uns mit den Drachen dann mitkümmern. Gold. Nehme ich immer gerne. Sachen, die wir toll verkaufen können. Mehr Bücher. Ein belegtes Schwert. Was wir auch nicht mitnehmen müssen. Schmiedekunst. Viel zu billiges Zeug. Sechs Schaden, das ist halt einfach Können wir stehen lassen. Genau wie den Elmer. Irgendwas stärken. Nichts, was wirklich schon relevant wäre jetzt. Der Eisenhelm. Der Eisenhelm. Der Eisenhelm vielleicht. Der горende Zice. einen Steinmeiden herstellen. Ja eigentlich nicht. B sagt, wir würden verkaufen. auf dem schleifen kann man nicht schade dann würde ich mal den buch ziehen und mal gucken ob ich den drachen noch erledigen kann einmal speichern müsste ja irgendwo noch ein drachen sein den hatten wir ja schon besiegt aber dann kamen sie mal muss dazwischen doch wer ist weg und da kommt er wieder ist dies der wind das ist ein drache naja wir werden noch möglichkeiten bekommen den drachen auszuschalten hier können wir jetzt wieder hin wir können zu drachenfeste zurück den werden wir später noch mal ausschalten sagte er nicht dass uns hier eine stadt den wachen vorstellen soll wir können uns niemals ausruhen denn bald groß feinde tun es auch nicht ich habe meinen liebsten und betrunkenen schlägern zu tun wenn es auf den thronen sitzen wird es ärger geben wenn sie ins feld gezogen sind verzeihung genossen ich diene jahrl bald ruf der jahrl ist wie ihr euch sicher denken könnt sehr beschäftigt kann ich euch vielleicht helfen mit dem haus in der stadt kosten hoffen 5000 der jahrl hat ein kopfgeld auf einige banditen ausgesetzt dieses dokument enthält weitere einzelheiten nein nicht noch eine fest genießt euren besuch in drachen wem geben wir das denn jetzt ab der jahrl ist in den schatten für den assassin im obergeschoss da am besten wenn der jahr nicht beschäftigt ist ok das ist schalten auf der anderen seite bevor er den mord begehen kann na sehr gut das liefer fantastisch das ist hin und so sind wir uns vielleicht schleichend hier was war Das wird doch nie was. Ich kann nicht mal angreifen. Ich komme nicht mehr dazu anzugreifen. Ich weiß nicht, ob die Quest für mich was ist. Vielleicht ist es doch besser, den Bogen anzugreifen. Überraschungsanwürf. Ich bin zu schlecht dafür. Ja, ich bin nicht Glavits. Drachenschrei weiß nicht, ob das was bringt. Ich kasse hier zwei Fälle und bin tot. Ich kann ja hier noch mal... Ich kann sicher mal was machen. Wir müssen den nur aufschmeißen. Ich glaube, die Quest müssen wir viel später machen. Weg hier. Ah, hier. Aber was? Ich bin zu scheiße dafür. Ich eigentlich auch. Das lief ja gut. Das lief ja gut. Lydia, kriegst du das hin? Nein, Lydia. Ich bin so gut wie tot. Kann ich essen mit dabei? Wahrscheinlich nicht. Aber trinkt die dabei. Natürlich nicht. Verdammt. Mit der Faust wirst du angreifen. Klug Idee. Was? Ich bin tot, sobald der... Seid ihr zum sterben bereit? Sie lebt wieder. Ich hoffe, das waren alle. Ich hab den Bogen verloren oder was? Bogen ist zerbrochen. Das ist schlecht. Ich bin tot. Die Bogen nehmen wir doch mit. Das kannst du behalten. Die Verhaltung. So. Ja, da haben wir es doch geschafft. Beim Verhältnissen. Ein paar Heiltrinker, wenn nicht schlecht. 500 Gold, okay, ja, immerhin etwas. Es hat sich auch ein bisschen mehr gehofft, aber vielleicht können wir ja was verkaufen. Okay, der Bogen ist schon besser. Oh, 20 Schaden. Der Bogen sollte man behalten. Ja, das mache ich. 800 haben wir jetzt. Wenn wir noch ein bisschen was verkaufen können, können wir vielleicht noch wie 1000, dann können wir uns ein Haus noch nicht, aber wir können, sollten wir auf das Haus sparen. Ich kenne euch doch. Vielleicht können wir uns auch ein Pferd leisten, können wir uns schneller fortbewegen. Schneller zu unbekannten Orten reiten, das wäre schon ein Ding. Auch wenn ich vom Jarls Haus was besseres erwartet hätte. Ja, die 500 haben uns weiter gereicht. Wir haben uns geholfen. Können wir uns noch die Rotfadronen suchen. Und dann hier den Zorn von Jürgen. Okay, wo müssen wir dafür hinreisen? Und dann die Quests. Folie in Weißlohn. Die Tempel, ich glaube die Quest lassen wir erst mal liegen mit dem, mit der Rotfadronen, das Zorn ist das nächste was wir machen müssen, nie und nimmer seid ihr das legendäre Datenblut oder könntet ihr? Lassen reden. Ich denke nicht erst mal schlafen. Skjord sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Geht es euch nicht gut Schätzchen? Haben wir den Charakter zu blass gestaltet oder? Das ist der Lübsch. Einmal schlafen. Zwölf Stunden. Bis wieder Morgens ist. Einmal schlafen. merk ethics merster Na hvis FDP Bis zum nächsten Mal.